Leute willkommen zu diesem neuen Video vom Kanal. Ich habe hier in den letzten Videos immer hier mein Haus höher gebaut und ich würde sagen dieses Haus wird jetzt wieder einmal verschönert. Vielleicht baue ich einen Balkon weiter dran oder auch andere Sachen. Ich werde einmal jetzt hier meine eingesammelten Materialien, die ich jetzt momentan nicht brauche, hier einmal in den Bunker sichern und in den Kisten sichern und dann geht es dreimal direkt zum Haus. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt oder ob ihr was anderes spielt und ob ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich alles so bauen kann und generell Tipps, wie ich meine Spielfähigkeiten in Minecraft verbessern kann, das wird mir immer sehr helfen. Und ich würde sagen, es geht einmal direkt weiter. So, ich gehe hier mal hoch. Ich würde sagen, ich baue noch eine Etage hoch und dann vielleicht irgendwie, ja, vielleicht ein Haus aufs Haus, keine Ahnung. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Einfach Video-Vorschläge, was ich so in Minecraft bauen soll. Und ja, ich würde sagen, es geht einmal direkt los. Ich baue hier einmal direkt die oberste Reihe. So, ich würde sagen, direkt drei Steine, drei Blöcke direkt nach oben auf einmal. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Ja, ich glaube drei ist gut. So, zack. Ich muss glaube ich gleich, ich muss gleich wieder, ups, ich habe leider keine Steinspitzhacke momentan. Wenn ich gleich neu einsammeln gehen, muss ich mir eine Steinspitzhacke holen, damit ich die Blöcke, die ich jetzt nicht haben will, wieder abbauen kann. Ja, so. Gleich gehe ich wieder runter, wenn ich nichts mehr habe. Okay, zack, zack, zack. Kann man eigentlich diese Tiere, die hier immer rumlaufen, diese Kühe und so, ähm, auch in den Stall rein tun? Ich weiß nicht, geht das? Keine Ahnung. Ähm, so noch sechs Stück habe ich. Zack, 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 zack. Und noch zwei. Okay. Jetzt gehe ich einmal zurück zu meiner Kiste und mit einer Steinspitzhacke. Ähm, und dann baue ich noch mehr ab. So. Einmal zurück. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Steinspitzhacke habe. Hier ist keine mehr. Hier ist auch keine mehr. Ich habe gar keine Steinspitzhacke mehr. Okay, dann werde ich vielleicht, ähm, eine neue herstellen. Hier sind noch zwei Stöcke. Hier ist nichts mehr. Hier sind auch keine Stöcke mehr. Okay. Dann werde ich jetzt einmal hier, ähm, mit der Holzspitzhacke, ups, ähm, Stein abbauen gehen und dann mir eine Steinspitzhacke machen. Das geht immer so schnell, dass die aufgebraucht werden, also dass ich keine mehr habe. Ähm, ich müsste mal mehr herstellen auf einmal. So, einmal drei Steine abbauen. Okay, dann stelle ich mir kurz eine Steinspitzhacke her und dann kann ich direkt weiter bauen. So. Einmal hier die beiden Stücke nehmen. Ups. Zack. Und zack. Und die Steine, die beiden drei. Zack, zack und zack. Okay, jetzt habe ich meine Steinspitzhacke. Dann packe ich einmal hier die normale Hacke wieder hier in die Kiste und dann baue ich mal Stein ab. So. Zack. Ich möchte ja nicht so viel Steine auf einmal abbauen, weil sonst dauert es halt so lange und, ja. Ich baue immer deswegen, ähm, nicht immer so viel auf einmal ab, aber immer ein bisschen weniger. Ich würde sagen, ich baue jetzt 30 Stück ab und dann geht es direkt einmal weiter mit dem Haus. So. Wie viele haben wir jetzt? 31 Stück. Okay, jetzt gehe ich einmal zurück. So. Ähm, ich könnte auch vielleicht mal einen, äh, Fackel mitnehmen für, äh, damit ich das Haus ein bisschen besser beleuchten kann, aber mal schauen. Hier kommt einmal kurz mit meiner Treppe einmal vergrößert, damit ich hier auch überhaupt hoch kann. In meinem Haus. Zack. Okay. Dann kann ich hier einmal weiter bauen. So. Zack, zack, zack. Jetzt habe ich wieder nur noch 20 Blöcke, aber das ist ja schon auch mal was. Und dann noch. Okay. Und hier einmal von unten. Zack, 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 zack. Und hier noch. Okay. Und schon ist wieder leider nichts da. Dann gehe ich, ich glaube, das ist auch schon die richtige Höhe. Ja. Das ist glaube ich schon die richtige Höhe, die ich nachher brauche. Dann springe ich einmal hier runter wieder. Boom. Und gehe mir wieder ein bisschen Stein abbauen. So. So. Okay. Ich würde sagen, ich baue jetzt wieder 20 Stück ab. Oder 30, 30 Stück. Also, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen zu tief sogar gebuddelt. So. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen zu tief sogar gebuddelt. 30 Stück. So, 30. Dann gehe ich mal wieder zurück. Und verbauen die erst mal. So. Dann einmal hier hoch. Was machen diese Kamele hier? Oder was auch immer. Für die ist ein Husch. Weg mit euch. So. Und hier hoch. Zack, 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 zack. Zack. Und hier hoch. Okay. Und dann können wir hier wieder einmal weiter machen. Ich mache direkt mal hier. So. Dann fange ich mal hier weiter an. Okay. Ups. Ist das zu viel? So. Noch ein Block habe ich. Und der Block kommt hier hin. Hä? Komm geht es nicht. Äh, jetzt. Okay. So. Super. Das war schon mal gut. Leute. Ich glaube, ich bin dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.